Jo Freunde und herzlich Willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu meinem nächsten Matchetalk bereits Nummer 27 in dieser Saison zu unserem Auswärtsspiel und zu dem wahren Derby bei Borussia Mönchengladbach. Das Spiel wird am 9. März um 15.30 Uhr im Borussia Park stattfinden und wir spielen nicht nur das wirkliche Derby, sondern es geht für beide Mannschaften da auf jeden Fall auch mal wieder um einiges. Ich habe wie immer zur Begegnung den einen oder anderen Punkt rausgesucht und würde sagen, wie ihr es kennt, ohne zu schnacken, schauen wir uns diese einmal im Detail an. In der Bundesliga traf Köln und Gladbach bisher 97 Mal aufeinander. Hierbei gab es 28 Siege für Köln, 17 Remis und 52 Siege für Gladbach. Köln ist unterm Strich Gladbachs Lieblingsgegner. Gegen keinen anderen Verein gewann und traf die Fohlenelf so häufig. Der FC verlor allerdings nur eins der letzten sechs Spiele gegen die Fohlen, sonst gab es vier Siege und ein Remis. Gladbach ist heimstark. 18 ihrer 26 Punkte holten die Gladbacher zu Hause. Für Köln gab es nach 24 Spieltagen noch nie weniger Saisonsiege als aktuell, nämlich drei. Die Borussia hat Probleme gegen die Kellerkinder. Aus bisher fünf Saisonspielen gegen Mainz, Darmstadt und Köln gab es noch keinen Sieg. Vier Remis und eine Niederlage. Freunde, wie man weiß, eine Gesamtstatistik, die eher für die Gladbacher spricht. Aber man muss sagen, die letzten Spiele zum einen, aber auch allgemein, wie es für Gladbacher in dieser Saison läuft, spricht schon ein bisschen für uns oder es gibt eben eine Chance für uns. Und ich glaube, dass man in Gladbach so in einer gewissen Art Durchlaufsaison ist. Warum das so ist, werde ich auch jetzt nochmal im Detail erklären, aus meiner Sicht. Denn wie immer gehen wir zum Personal und starten, wie ihr es kennt, mit dem Trainer. Und Trainer ist Gerardo Zeohane. Der Schweizer hat ja damals mal bei Leverkusen trainiert und sollte in Gladbach eben diesen Umbruch meistern und die Fohlen wieder zu erfolgreicheren Zeiten bringen. Dies braucht allerdings Zeit, meiner Meinung nach. Und diese Zeit muss man ihm auch einräumen. Man ist zwar schon, finde ich zumindest, weil man immer noch eine gute Kaderqualität hat, wie ich finde, ein bisschen in der Liga zurück. Also ich glaube schon, dass mit dem Kader ein bisschen mehr möglich wäre. Allerdings muss man dafür auch erstmal in einer gewissen Art und Weise auch so ein bisschen, ja, einen klaren Spielstil entwickeln. Und ich muss sagen, und das meine ich gar nicht böse oder abwertend, ich glaube, das hat man so noch nicht unter Zeohane gefunden bisher. Denn man hat alleine in dieser Saison sechs verschiedene Systeme gespielt von 4-2-3-1, von 3-5-2, 4-4-2 etc. pp. Und da hat man, glaube ich, noch nicht so den richtigen Weg gefunden, womit man denn nachhaltig spielen möchte. Das zum einen. Man ist dennoch in der Liga nicht gefährdet, würde ich behaupten. Also man hat neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, sieben Punkte Rückschein auf Platz sieben. Ich gehe ja davon aus, dass Platz sieben wieder zur Conference League Teilnahme reichen könnte. Allerdings muss man sagen, ist man zum einen in dieser Durchlaufsaison, zum anderen hat man aber durch den DFB-Pokal, wo man noch vertreten ist, noch eine Chance, ein bisschen was zu reißen. Also theoretisch hat Gladbach, wenn man jetzt noch gute letzte zehn Spiele spielen würde, Chance auf Platz sieben in der Liga ist nicht ganz ausgeschlossen aus meiner Sicht, aber sehr, sehr schwierig. Und man hat eben noch den DFB-Pokal und man spielt hier in der Liga 0-0 gegen Leverkusen, die der Favorit im Pokal, denke ich mal, sind bei den ganzen Mannschaften, was ja logisch ist. Ich würde es nicht als unmöglich betiteln. Ich glaube, dass ein Pokalsieg natürlich die Saison mehr als retten würde. Glaube aber, dass es keinen Pokalsieg gibt und ich glaube, dass Seohane weiterhin ein bisschen in der Kritik steht. Inwieweit er wirklich in Kritik steht, kann ich natürlich als Köln-Fan, der weit weg ist, eben nicht beurteilen. Allerdings muss ich sagen, ich halte Seohane auf jeden Fall fachlich für einen Trainer, der in jedem Fall einiges drauf hat. Und nun gehen wir rüber zu den Spielern und starten mit dem Player to Watch. Und da habe ich mich weder für den besten Torschützen noch für den besten Vorbereiter entschieden. Hier habe ich mich entschieden für Rocco Reitz. Der 21-Jährige ist ein echtes Eigengewächs, denn er wechselte 2017 in den Nachwuchs der Borussia. Ja, seitdem hat er einige Jugendmannschaften durchlaufen. In dieser Saison schaffte er dann seinen finalen Durchbruch in der Bundesliga. Und man muss sagen, er ist technisch wirklich ein extrem starker Spieler. Er kann in der Zentrale alles spielen, ob Sechser, Achter oder eben Zehner. Und er hat dennoch einen guten Torriecher, wie ich finde. Das hat er in dieser Saison auch bewiesen. Er kommt, wenn man Pokal zu der Bundesliga dazuzählt, auf 26 Einsätze. Hierbei konnte er fünf Tore erzielen und hat zwei weitere Tore vorbereitet. Zudem ist er U21, Nationalspieler von Deutschland. Und er ist ein Spieler, der rein perspektivisch, glaube ich, irgendwann die Qualität hat, um auch mal den nächsten Schritt zu machen. Aber hier hat Klapper sich schon abgesichert. Er hat einen Vertrag bis 2028, denn er konnte seinen Marktwert auch bereits auf 10 Millionen steigern. Dementsprechend ist er ein heißes Eisen und, wie ich finde, ein Junge mit extrem viel Potenzial. Und nun springen wir rüber, zu außerdem zu nennen, nenne ich es zu Spieler Nummer 2. Und hier habe ich mich entschieden für Franck Honorat. Der Franzose wechselte im Sommer von Start Brest an den Niederrhein für 8 Millionen Euro. Und in Gladbach ist er aktuell der Vorlagenkönig. Er hat rein in der Bundesliga neun Tore vorbereitet, was schon absoluter Spitzenwert ist. Und mit Abstand der beste Vorbereiter von Gladbach. Zudem ist aber auch seine Gesamtbilanz, wie ich finde, echt extrem gut. Denn man muss bedenken, es ist ja seine Debütsaison in der Bundesliga. Und die Bundesliga ist aus meiner Sicht nochmal eine absolute Schippe stärker eben als der League A. Und er hat in 26 Einsätzen vier Tore erzielt, zehn Tore vorbereitet, also Bundesliga und Pokal. Und das ist schon für eine erste Saison in der Bundesliga extrem stark, wie ich finde, für einen Flügelspieler, der rechts wie links am Flügel alles spielen kann. Da hat Gladbach, glaube ich, einen sehr guten Deal gemacht. Und ich glaube, mit so einem flexiblen Flügelmann, der gutes Tempo mitbringt, der gute Flanken schlagen kann, immer ein Auge für den Mitspieler hat, da macht man rein grundsätzlich nie was falsch. Und in den vergangenen Jahren, denke ich, kann man auch unterm Strich zu sagen, ist man in Gladbach sowieso auch eben mit Franzosen ganz gut gefahren. Deswegen ein guter Deal. Und in jedem Fall, wie ich finde, sehr, sehr starker Spieler. Und nun, Freunde, springen wir rüber zu den Ausfällen und starten mit Gladbach, denn dort ist die Liste deutlich, deutlich kürzer als bei uns. Es fehlen Thomas Kwanskerer und Assan Plär. Das sagt der Trainer Seouane auf der PK. Ansonsten sind alle Spieler zur Verfügung. Beim FC ist die Liste natürlich gegenteilig, nämlich deutlich, deutlich länger. Luca Waldschmidt und Marc Uth sind weiterhin im Reha-Aufbauprogramm, wobei es bei Marc Uth, ja, da deutlich schlechter aussieht wie geplant. Das kam ja jetzt vor kurzem raus, aber ich denke, ihr kennt da meine Meinung. Ich glaube nicht, dass Marc Uth nochmal groß zurückkommen wird. Leider. Justin Thiel fällt jetzt auch bis mindestens Ostern aus, bekanntlich. Dazu hat Jan Thielmann ja letzte Woche die rote Karte gesehen und ist für zwei Spiele gesperrt. Also jetzt im Derby und dann am kommenden Freitag gegen RB Leipzig. Und Dejan Lubicic hat eben die fünfte gelbe Karte gesehen. Dementsprechend ist auch er gesperrt. Farid Ali, du musst ja jetzt die Tage des Training abbrechen. Der soll aber voraussichtlich dabei sein, Gott sei Dank. Und auch Davy Selke soll zumindest ein Kandidat für den Kader sein. Ich denke trotzdem, dass wir vielleicht den einen oder anderen Jugendspieler wieder auf der Bank erleben können, weil unsere Ausfallliste eben so lange ist. Aber da wird man dann einen Tag vorher sehen, wie Timo Schulz und das Trainerteam sich dann eben dafür entscheiden wird. Das sind auf jeden Fall die Ausfälle auf beiden Seiten. Und nun gehen wir rüber zu meiner persönlichen Aufstellung. Ich denke, gerade offensiv stellt sich das Team weitestgehend von alleine auf. Und wie immer starten wir von hinten nach vorne. Mit Marvin Schwäbe unangefochten natürlich wie immer im Tor. Auf der Rechtsverteidigerposition habe ich mich für Rasmus Carstensen entschieden. Hübers und Chabot geben erneut die Innenverteidigung, während Max Fingrewe natürlich wieder auf seiner linken Seite spielt. Die Zentrale wird dann gebildet von Erik Martin und Denis Hussein Basic, da Lubicic ja nicht zur Verfügung steht. Wobei ich Martin und Hussein Basic persönlich auch als bessere Lösung für die Zentrale sehe. Dann habe ich es jetzt mal im 4-4-2 aufgebaut, dementsprechend mit zwei etwas offensiveren Außen. Da habe ich mich dann auf der rechten Seite für Linden Meiner entschieden und links für Florian Kainz, weil ich hoffe, dass Florian Kainz zum einen wieder die Chance bekommt, gerade jetzt, wo wir so viele Ausfälle haben, zum anderen aber auch auf einer Position, wo er eben auch sein Leistungsvermögen abrufen kann. Ich habe eine Doppelspitze jetzt gewählt mit Sages Adamian und Farid Alidou. Ich denke aber, es ist relativ selbsterklärend, dass man mit diesen vier Offensivspielern absolut verschieben kann. Also man könnte es in einem 4-2-3-1 machen mit Adamian rechts als Beispiel. Man könnte Alidou und Meiner bei Außen kommen lassen, Kainz als Zehner, Adamian als Stürmer. Also das ist da relativ offen. Nur das sind in jedem Fall die Spieler, wo ich halt denke, dass die die Offensive bilden werden, in welcher Grundordnung auch immer, weil die Auswahl halt leider nicht mehr so groß ist. Und ich glaube, für einen Davy Selke kommt das Ganze auch noch etwas zu früh. Dementsprechend, Freunde, ist das in jedem Fall meine persönliche Aufstellung. Mich würde natürlich interessieren, wie würdet ihr aufstellen? Würdet ihr im 4-4-2 spielen lassen oder im 4-2-3-1? Aber ich denke, 4-4-2 sollte schon die bessere Wahl sein. Und abschließend gibt es natürlich nach meiner Aufstellung den letzten Punkt, nämlich mein Fazit und mein Tipp. Denn grundsätzlich denke ich, werden wir wie immer Köln gegen Gladbach ein sehr emotionales Spiel sehen. Wir werden auch ein sehr umkämpftes Spiel sehen. Und wir werden ein Spiel sehen, wo ich zumindest daran überzeugt bin, dass die Borussia auf jeden Fall das Hinspiel wettmachen will. Im Hinspiel gewann der FC ja zu Hause mit 3-1. Das Ganze, denke ich, auch hochverdient. Da war der FC in allen Statistiken besser. Wobei man auch sagen muss, die Gladbach hatte da auch einen sehr, sehr schlechten Tag und ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Und gerade zu Hause, wie auch ja in diesem Video gesagt, sind die Fohlen eben deutlich stärker. Und ich glaube, rein aus diesen beiden Punkten wird die Fohlenelf da auf jeden Fall ein ganz anderes Gesicht zeigen, einen ganz anderen Auftritt liefern. Und da muss der FC auf jeden Fall ganz anders deutlich eben dagegen halten. Ich denke, man kann auch ein bisschen auf beide Teams projizieren. Ein Derbysieg kann natürlich immer viel mit einer Mannschaft machen. Das heißt, daraus kann man viel mitnehmen. Nicht nur eben die drei Punkte, sondern eben auch für die kommenden Spiele kann das einen nochmal ein bisschen beflügeln. Und ich denke, dass Bayeklubs das in ihrer Situation sehr, sehr gut gebrauchen könnten. Allen voran natürlich wir, weil es wahrscheinlich dann bis zum 34. Spieltag mit Mainz 05 im Kampf um den Relegationsplatz geht. Und da brauchen wir einfach jedes Erfolgserlebnis. Und ich glaube, gerade so ein Sieg in einem Derby könnte echt auch auf Hinblick auf das nächste Spiel gegen RB nochmal echt ein bisschen Selbstvertrauen rauskitzeln, um dann in der kommenden Woche wieder gegen einen Gegner, der eigentlich deutlich mehr Qualität hat, da auf jeden Fall im Idealfall ein bisschen überperformen zu können. Ich glaube, dass wir absolut eine Chance haben, trotz unserer ganzen Ausfälle. Es gilt aus FC-Sicht auf jeden Fall, so wie größtenteils in den letzten Wochen, defensiv wieder so beieinander zu stehen, wie wir es gemacht haben. Wir haben zwar zu wenig gepunktet. Ja, wir haben aber im Verhältnis zu der Hinrunde deutlich weniger Gegentore kassiert und da gilt es dann, ja, dran weiterzumachen mit dem hoffentlich aber dann dazukommenden Punkt, dass wir eben auch mal unsere Chancen verwerten. Denn wir haben in den vergangenen Wochen extrem viele gute bis hundertprozentige Torchancen absolut kläglich vergeben und wenn man eben in Gladbach was holen will, dann müssen wir da eben scurrelen. Wer auch immer es macht, ob es später Selke von der Bank macht oder jemand macht, der sonst nie ein Tor schießt, ist alles scheißegal. Das Wichtige ist, dass wir was Zählbares holen. Ich werde auch vor Ort sein. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Hoffe, dass die Jungs auf jeden Fall heiß sind und ja, nach dem verpatzten Spiel gegen Leverkusen, wo zwar mit zu rechnen war, aber so wie das zustande kam, war schon alles ein bisschen bitter, dass man da jetzt, ja, eine Schippe drauflegen will, vor allem was Konzentration angeht, aber dann eben auch dem Nutzen von Torchancen. Von daher hoffen wir das Beste. Ich freue mich auf jeden Fall, auswärts vor Ort dabei zu sein und wenn ich einen Tipp abgeben muss, dann tippe ich leider auf ein 1-1, glaube aber, dass das Spiel auf jeden Fall auch in beide Richtungen gehen kann. Aber ein besseres Ende für unseren FC wäre auf jeden Fall überlebenswichtig, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Von daher wäre das mein Tipp. Das wäre mein Fazit. Mich würde natürlich abschließend wie immer sehr interessieren, wie ihr das Ganze seht. Wie bewertet ihr den Gegner? Wie würdet ihr aufstellen? Was glaubt ihr ist möglich? Und ja, wie würdet ihr es persönlich vielleicht auch gegen die Fohlenelf angehen? Lasst es mich auf jeden Fall alles gerne wissen. Ich würde mich über jeden Kommentar freuen. Ich würde mich auch extrem freuen, falls der ein oder andere Gladbach-Fan dieses Video sehen sollte, dass man da vernünftig und sachlich in den Kommentaren bleibt und respektvoll, so wie ich das in diesem Video auch gemacht habe, trotz aller Rivalität. Und dann würde ich mich neben euren Meinungen, wie immer, über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid, auf ein schönes Derby und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius Raus, haut rein und ciao.